Der Cape Reft Trail, Etappe 2, von Glenfinnan bis nach Glendessery, beziehungsweise zum Ätschel-Bothy. Und wie ich wegen Erkältung den Trail erst einmal verlassen musste. Die Etappe startet in Glenfinnan. Man kommt an Curryhully-Bothy vorbei. Auf dem Beelage Alten Carain geht es durch das berühmte Türchen. In Alten Carain sollte man den Fluss möglichst schnell in Richtung rechtes Ufer überqueren. Weiter unten im Tal muss man sich links halten und nach einer Lücke im Zaun Ausschau halten. Danach geht es über eine Brücke in den Wald. Ich laufe nördlich des River Dessery weiter, wie es in der HW-Map angegeben ist. Vor dem Ätschel-Bothy muss ich den River Dessery an einer Furt überqueren. Hier sieht man wirklich wie der Sonnenaufgang den Berg herunter kommt. Ich lasse morgens im Café das Zelt immer noch ein wenig trocknen. Bei dem leichten Wind geht das trocknen ziemlich schnell, besonders wenn man die Lüftungsschlitze auf ganz offen stellt und mit einem Lappen noch zwischen den Zeltwänden trocken wischt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Das ist auch wirklich schön, der Weg hier hoch, so an dem rauschenden Bach entlang, mit den ganzen Felsformationen da drin. Das ist auch wirklich schön, der Weg hier hoch, so an dem Bach, so an dem Bach, so an dem Bach. Untertitelung. BR 2018 Das ist auch so. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, das ist jetzt das letzte Stück des Weges. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir nähern uns Kern und Gate. So, Luft. Untertitelung. BR 2018 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 Schon bergauf vor dem Tor habe ich mich erschöpft gefühlt. Jetzt werde ich so schnell müde, dass ich das Zelt aufbaue und mich erstmal ohne Luftmatratze nur mit Klamotten ein oder zwei Stunden schlafen lege. Dann hole ich Luftmatratze und Quilt aus dem Rucksack heraus und schlafe bis nach 9 Uhr am nächsten Tag durch. Untertitelung. BR 2018 Als ich hier schnell mal den Zeltplatz bezogen habe, war mir irgendwie klar, dass ich voll die Erkältung habe. Das ist natürlich sehr sehr ungünstig und außerdem habe ich heute zum Beispiel hier diese Abdeckung für das Regencover für den Rucksack nicht benutzt um die Schuhe trocken zu halten. Ja gut, die sind aber jetzt nicht zu feucht. Das geht trotzdem. Der Rest, ja gut, geht so. Wenn das Wetter heute gut ist, vormittags dann trocknet das alles weg. Das ist schon mal ganz gut. Anyway, also... Beim morgendlichen Kaffee nehme ich mir ein wenig Zeit, um über meine Situation nachzudenken. Ich hoffe, dass es mir bald wieder besser geht und beschließe erstmal bis zum Agile Borthy weiterzugehen. Ja, wird Zeit aufzubrechen. Da habe ich gekämpft heute Nacht, gestern Nacht. Tag aufzudenken. Tähnnen Tag aufzudenken Mitkirchen Tag aufzudenken Tag Tag Hier war der Sumpf jetzt doch ein bisschen tiefer. Ich habe schon noch nicht reingeflossen. Das hier ist das einfachere Ufer. Aber das ist der Cape Wrath Trail. Da hinten geht es rein zur Glendasserie. Genial. Einrundel, Herrscher. Einrundel, Herrscher. Einrundel. 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 Hier ist die Bezeichnung Pfad schon übertrieben. Und das hier weiter. Auch der einfachere Weg. Einrundel. 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 Das Ding. Ja, man sieht hier schon wieder recht deutlich, was bei den fiesen Sache ist. Hier geht es über eine Brücke in den Forest Desserie hinein. Über den Zaun steigen, wenn man hier auf die Brücke zu will. Ja, ansonsten. Einrundel. 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 bleiben ich schlage mich in direkte richtung durch den wald bis zum forstweg durch das ist wesentlich anstrengender aber geht auch ich bin erst weiter oben hier auf diesen fahrt gekommen und bin jetzt 14 uhr 6 am weg richtung glendesseree oberhalb von dem etchelborthy aber ich will jetzt heute lieber mal noch ein paar kilometer machen als mich da jetzt noch mal runter und so 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 zu Etchulbossi. Bei Regenwetter würde man das natürlich nicht machen, aber das sieht hier eigentlich ganz annehmlich aus. Eigentlich auch besser aus, aber da kann ich jetzt nicht drauf gehen. Das wäre sonst nicht der Cape Raff Trail. Links das Zelt aufgestellt haben, hatte ich jetzt auch fast gemacht, wenn die eigene Stelle etwas besser zugänglich gewesen wäre. Glitschig wie sonst was und jetzt fängt es auch noch an zu segnen und zu argälen. Etchulbossi in Glendasserie. Oh, kürzlich! Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich heute geschafft habe. Aber auch nicht viel mit 10 oder 12 oder so hartes Gehen. Und morgen sind das nochmal zwölf Kilometer zu Surlispafi rüber. Soll mich auch nicht stören, wenn es dann da nicht besser geht. Ja, das ist das Ätschelbofi. Nettes Ding. Vor allen Dingen, wenn es regnet und man drinsitzt beim Feuerchen. Wie wir gestern Abend. Aber ich bin dann auch früh so um 8 ins Bett gegangen. Da steht noch mein Zelt, das packe ich dann gleich zusammen. Gestern Abend waren hier auf dem Moor die Hirsche. In dem Raum habe ich gestern Abend mein Abendessen gemacht. Und auch heute morgen den Kaffee. Und danach noch einen Tee. Und dafür habe ich den dann hier auch mal so ein bisschen vom Kamin den Raum hier. Und da vorne bei der Stufe noch weg. Von außen noch von innen zu. Schöne Szenerie. Das Zelt muss ich noch schnell abbauen. Ansonsten ist alles vorbereitet. Und wie gar nicht großartig nochmal betreten. Das ist auch nicht, wenn man hier sonst jetzt noch hingeht. Ich werde hier Richtung Zivilisation gehen. Richtung Loch Archaic. Das sind 30 Kilometer Fußmarsch. Also dafür werde ich eineinhalb Tage brauchen. Ich muss noch mal übernachten. Gut das Essen. Dafür habe ich aber. Vielleicht finde ich ja halt auch eine Mitfahrgelegenheit. Wenn ich dann irgendwie zwei, drei Tage im Hotel mich aufgepäppelt habe. Und resupplied habe. Dann glaube ich kann man das auch ganz gut hinkriegen. Ja. Dass man sich hier. Finde ich schon cool hier in dieses kleinen Dessert. declareных. Ich leise. Ich leise. Im Gelb habe ich meinen Rückweg vom Ätschelbothi aus eingezeichnet. Bis zu dem Parkplatz bei Loch Akaik bin ich schon gekommen. Auf dem Parkplatz stehen etwa ein Dutzend Autos, aber die Leute sind alle gerade erst angekommen und so kann mich auch keiner mitnehmen. Daher gehe ich die Straße weiter entlang und etwa 10 Minuten später nimmt mich ein freundlicher Ranger mit. Nach etwa einer halben Stunde Fahrt werde ich am Parkplatz des Commando Memorials nahe bei Spin Bridge abgesetzt. Ich laufe bis zum Bahnhof, aber der nächste Zug fährt erst am nächsten Tag. Das Restaurant im alten Bahnhofsgebäude hat auch noch nicht auf. Für einen verschwitzten Wanderer haben sie aber gerne ein Paint übrig. Mit meinem geschwollenen Hals bekomme ich das kaum herunter. Danach gehe ich zur Bushaltestelle und fahre weiter bis nach Fort William. Dort kuriere ich mich erst einmal drei Tage aus und schicke auch einiges an Gepäck zurück nach Hause, um einen leichteren Rucksack zu haben. K Tut Netflix Ventilat Kilogramm Wiener Sait Aus iyi Ned Mog Ges Vielen Dank.